Mal sehen, was wir hier haben. Das ist eine Gruft. Eine Gruft hinter einer Geheimtür? Die Geheimtür wurde bestimmt später eingebaut. Als Beuteversteck. Das hat ein alter Mönch geschrieben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jesus, Dismas zu linken. Reumütiger Dieb. Gestas zu rechten. Böser Dieb. Avery hatte eine Vorliebe für den heiligen Dismas, hm? Tja, Avery hielt sich für einen guten Dieb, oder? Er hat nur nicht-britische Ungläubige ausgeraubt und ermordet. Das ging damals wohl als gut durch. Tja, gut genug. Ach, eine Art Lampe. Hey, Smokey! Ich brauch mal dein Feuerzeug. Hey, du verletzt meine Gefühle. Ach, nicht so sehr wie du deine Lunge. Danke, Vater Duffy. Ach, das ist doch mal was. Ha. Das Licht kommt von der anderen Seite der Mauer. Sieh doch mal. Da ist etwas am Fuß der Statuen. Nun wollen wir doch mal sehen. Ah, ich kann die Lichter ausrichten. Hoho, das gefällt mir. Hey, na bitte. Ja, ich kann die Lichter ausrichten. Ja, ich kann die Lichter ausrichten. 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 Oh, verbinde die Punkte. Oh, verbinde die Punkte. Ich glaube, das ist falsch. Oh, verbinde die Punkte. Du musst bestimmt Lichter zusammen auf einen Stern ausrichten. Oh, verbinde die Punkte. Oh, verbinde die Punkte. Ich glaube, das ist es nicht. Oh, verbinde die Punkte. Nein. Nein. Oh, verbinde die Punkte. Das ist es nicht. Oh, verbinde die Punkte. Ach, scheiße. Oh, verbinde die Punkte. 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 Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, das ist falsch. Oh, verbinde die Punkte. 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 Ich glaub, das ist halt. Ich glaube,았 denn... Oh, verbinde die Punkte. Oder auch nicht. Ach, scheiße. Ich glaube, das ist falsch.